Urkomisch. Wirklich zum Todlachen. Pah, du könntest eine gute Geschichte nicht mal von einem Furz unterscheiden. Wow. Sehr schöner Vergleich. Ein richtiger Baron. Sogar mit einem richtigen Narren. So ist es. Aber ich hab das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Warum denn? Nun, er scheint mehr Tier als Mann zu sein, aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich's mir nur ein. Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nein, aber er sieht nicht gefährlich aus. Hm, denke, das war's dann. Ist nicht viel, aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Möger. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Können sie mit dem ein bisschen Fußball spielen. Hoffentlich findest du deine Tochter. Als Fußball. So, das heißt jetzt für uns nach Nobby gerade. Und sei dir ein guter Vater. Wow. Muss ich mir von dem noch gute Ratschläge geben lassen? Uma. Wieso hab ich das Gefühl, dass Uma später nochmal irgendwie wichtig wird? Weil, warum sollten sie das jetzt zeigen? Dieser verfickte Kater. Weil wir sind jetzt hier so circa durch. In der Theorie. So, jetzt brauch ich aber mindestens mal... Ich bin unschuldig, ich schwör. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich eventuell einmal repariere. Finde ein Schiff nach Ske... Was? Muss ich jetzt noch schon nach Skelliger? Warte mal. Reise ziehe Skelliger. Besuche Triss in ihrem Haus. Wobei, ich könnte jetzt entweder nach Skelliger oder nach Nobby gerade. Skelliger ist natürlich für Level 16. Wir sind jetzt Level 7. Oder Stufe 7. Hm. Aber ich sag mal so, häufiger sterben würde ich wahrscheinlich in Skelliger. Hier was zu verkaufen? Wie kann ich helfen? Sprache, Rüstung und Schwerter. Alles. Ich würde mir gerne dein Angebot an... Aber hier haben wir nur Kacke, ne? Ist nicht wirklich... Ist nicht wirklich, ähm... Oh, wobei, das hier ist besser als unser jetziges. Und das hier scheinbar auch ein bisschen, glaube ich. Können wir das schon mal verkaufen? Das hier... Hier. Die Gold... Goldring haben 16, äh... Dinges nur gebracht. Verarschen. Da haben wir schon, oder? Bisschen. Bisschen will der uns verarschen. So, aber hier kann ich noch ein bisschen was verkaufen. Let's fetz. Oh. Oh, richtig reich. Richtig reich. Die Nebenquest, äh, mit dem Sumpf fertig machen. Äh, ist in der Nähe gerade. Könnten wir eigentlich machen, ne? Könnten wir eigentlich... Oh, wobei, ich muss noch... Ich muss noch reparieren. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Äh, reparieren. Was sind... 100. Der mach auch. So, das auch nochmal. Das auch nochmal. Mach mal der Vollstecker. Jetzt einfach mal alles. Wobei, kann ich nicht... Mach vielleicht eine Ausrüstung. Ah, okay. Ich kann auch alles scheinbar auf einmal reparieren. Sehr schön. Jetzt haben wir noch 1666... Äh, Kronen. Und wie sowas. Lebt wohl. Wird sie... Ja! Bitte beruhigen sie sich. Ja, wird ja alles noch gemacht. Ich mach mal schon mal die an. Und nochmal die Stiefel. Boah. Ich glaub, wir sind gut to go. So, wo ist denn jetzt Plätze schon wieder? Plätze. Komm mal ran da. Oh. Ich, äh, hab noch ein bisschen was geklaut nebenbei. Oh, noch was geklaut. Passiert. Passiert. Hey, bin ich eigentlich unsichtbar? Ja. Für mich bist du das. Mein Hexersinn hat nicht angeschlagen in deiner Präsenz. Weißt du Bescheid? Mach dich aus dem Weg da. Du bist ja scheintot. Bewegt dich. Ich konnte den Kleinen auch nicht mehr umreiten. Mein Mann hat doch einen tollen... Was? Nicht übel. Hab gestern einen Eiler... Wir müssen was unternehmen. Ja, wir reiten auch noch genau wie gerade. Ist doch alles gut. Warte mal, wo müssen wir uns eigentlich hin? Wenn wir da... Äh, im Sumpf was machen wollen. Wo sind die denn jetzt? Sumpf hier unten, ne? Need wir. Da, da wollte ich auch erst mal hingehen, oder? Need wir? Da ist er doch mit seinen Typen. Müsste. So ist gut. Wir können ja da mal erstmal vorbeigucken. Ja. Und mal anhören, was die so machen wollen. Yo. Ich. Yes. Wir hören uns jetzt einfach mal kurz an, was die so machen wollen. Ja, wir können ja was sagen, hier schnell Reisen machen. Irgendwie. So. So, wo sind die denn? Was ist hier passiert? Oh, alle tot? Eine Schönheit? Wir haben ja. Wir haben ja mal kurz an. Wir haben ja mal kurz an. Ja, das haben sie auch gesagt. Über die Stute meine ich. Dass sie der dunkle Geist des Waldes ist. Wer hat das behauptet? Die, die Hexenjäger. Sie sind hier durchgekommen. Wollten zum Dorf im Sumpf. Das Mädchen, das nach seiner Mutter gefragt hat, ist mit ihnen geritten. Mädchen? Wir müssen da sofort hin, Geralt. Let's go. Einverstanden. Ich hole meine Männer. Wir müssen den Sumpf durchqueren und diese verfluchten Mumen erledigen. So, aber vielleicht mal eine richtige Quest auswählen, ne? Warte mal. Äh. Ne, warte mal. Das ist jetzt eine Nebenquest, ne? Was ist die Richtung, Schmied? Ich glaube, das dürfte es sein, ne? Suchen mit dem Baron. Okay, machen wir das jetzt. Ja, ist natürlich jetzt keine Hauptquest mehr, sondern nur noch eine Nebenquest. Aber ist nicht ganz so schlecht. Machen wir es trotzdem noch. Drecksumpf. Diese verseuchte Luft lässt den Bauern das Hirn verfaulen. Oh, der hat ja richtig viele Männer mitgenommen, ne? Fünf Stück. Was ist das Shit? Der Bildschirm an den Krieg? Die Mumen gibt es wirklich. Das wirst du schon bald merken. Ja. Verrückte alte Weiber, die Kleingehacktes aus den Gedanken der Bauern machen. Vermutlich hat Anna großherzig zugestimmt, bei ihnen zu bleiben. Hatte schon immer ein gutes Herz. Mhm. Bitte beruhigen Sie sich. Ich muss dem Baron jetzt helfen. Ja, ich habe ihm jetzt die ganze Zeit geholfen. Jetzt müssen wir das fertig machen. Wobei wir müssten wahrscheinlich dann eh... Könnte... Ich könnte einfach schon mal vorgehen. Ich weiß ja, wo es lang geht. Folgt mir einfach, ihr Narren. Guck mal, hier ist auch noch was. Seht ihr da... Gut, dass wir noch hier sind, sonst hätte man jetzt die Schweinehaut nicht lupen können. Warum ziehen die ganze Zeit ihre Schwerter? Der Wind heult. Ich hör's schon. Ja, ja, ja. Traurig. Ich bin so traurig. Oh boy. Hab ich eigentlich noch... Äh... Aber die haben noch gar keine Silberschwerter. Die machen noch gar keinen Schaden an denen, oder? Aber Hauptsache, sie können ein bisschen rumfluchen, ja? Ja, at least that. At least that. Max, gib dem Teufel was zum Ficken. Die haben doch Schaden gemacht. Wow. Die haben doch nicht alle Silberschwerter, oder? Ja, was willst du, Mann? So viele habe ich lang nicht mehr gesehen. Wir hätten nicht herkommen sollen. Oh, ist das einer von denen? Ist das echt einer gestorben? Aber wer weiß, was wir da unten noch alles finden. Äh, ich da Angst. Warte, aber wie sind das jetzt noch? Wollen, Berti? Ne, es sind auch fünf. Okay, na, warte mal. Ich dachte, da werden alle von denen gestorben. Schon gut, Jungs. Gehen wir weiter. Hoppap. Zeig diesen Monstern, wer hier das Sagen hat. Ah. Auf geht das. Du hast die Wahl zwischen Schweinehäuten und einer mega hübschen Frau anflirten und du nimmst die Haut. Wieso auch nicht? Yes. Jetzt gehen wir zurück zu den Mumen. Die sind zwar nicht die hübschesten, aber es sind zumindest drei. I still befreit. Wie lauft ihr denn? Ah. Was ist denn das denn für? Uuh. Ist doch ekelhaft. Wurde bespuckt. Ich wurde bespuckt. Finde ich ekelhaft. Macht kaputt. Müsst ihr eigentlich echt mal drauf gucken, ob wir Schaden machen oder nicht. Oh. Uncut. Uncut. Schau, wir machen die Schaden. Alles zusammen. Ja, aber heftig, deftig. Heftig, deftig. Freunde, achtet mal ein bisschen auf eure Sprachen hier. Eure Wortwahl. Yes. Das wird cool sein. Oh, was ist denn hier los? Hexer, warum bist du hier? Erzähl ich dir später. Scheiße. Sondern das Hexenjäger oder was? Hier noch ein bisschen aufräumen. Oh, ist sogar wieder da drunter? What? Ach nee, das ist die Tamara, das ist die Tochter. Ah, now I know. Das ist die Tochter. Was guckst du denn so? Was guckst du? Was guckst du? Hexer, hast du deine Meinung geändert? Wie viel hat mein Vater dir gezahlt? Ich denke, du hast nichts zu befürchten. Noch nichts? Du hast ja deine neuen Freunde mitgebracht. Ich habe keine Angst. Das ewige Feuer beschützt mich. Vor mir muss es dich nicht beschützen. Tamara, liebe Tochter, du bist wieder da. Aufwärts. Komm, verweigere mir diese Umarmung nicht. Bleib weg von mir. Ich bin wegen Mutter hier. Im Gegensatz zu dir werde ich sie nicht hier verrotten lassen. Was zum Teufel glaubst du, was ich hier mache? Ich bringe sie nach Hause. Oh, das lässt du schön bleiben. Du wirst sie nicht anrühren. Niemals. Das lasse ich nicht zu. Ich verstehe, dass du zornig bist. Ich war nicht der beste Vater und Ehemann. Ich weiß. Aber nah dran. Ich habe mich aber geändert. Frag die anderen. Geralt, los, sag's ihr. Ja, ist häufiger im Garten unterwegs und säuft weniger. Baron sucht Frau. Dein Vater, er sucht seine Frau, deine Mutter. Wirklich. Zahlt er dir viel, damit du sein Ja-Sager bist? Wahrlich, ich sage euch. Zorn und Mutwillen führen zu nichts als dem eigenen Niedergang. Wer in drei Teufelsnamen ist das? Und wer fragt die Soro? Das ist mein Kommandant. Was ein betrunkenes Schwein freilich nichts angeht. Tamara, du stehst jetzt auf deren Seite? Willst du, dass sie deinen eigenen Vater foltern und aufknüpfen? Du bist nicht mein Vater. Es schert mich ein Dreck, was aus dir wird. Ich erinnere daran, dass wir hier eine Aufgabe haben. Hexer, wirst du uns helfen? Ich wäre nicht hier, wenn ich das nicht wollte. Ich habe fünf Männer verloren. Und ich weiß nicht, was uns an diesem verfluchten Ort noch alles erwartet. Die Zeit drängt. Die Mumen können jeden Augenblick zurückkommen. Ha! Woher willst du wissen, dass sie nicht schon längst hier sind? Weil wir noch leben. Durchsuch das Dorf! Meint ihr gerade die drei Häuser? Grüezi! Alrighty. Nicht! Da haben wir zumindest mal wieder den Wandteppich. Ihr drüben! Uh, was ist das denn? Ah, die sieht ein bisschen so aus wie die Statue, die wir vorhin nicht untersuchen konnten. Ach, das ist die Mama? Ja? Vata, vielleicht. Vata, vielleicht. Mutter? Ist sie's wirklich? Nein! Unmöglich! Wir müssen etwas tun! Hexer! Aaaaaah! Da kommt etwas. Passt auf! Oh, 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 oh! Was kommt denn? Was war das? Wölfen vielleicht? Klang nicht nach Wölfen. Ich bin noch Luten. Luten! Prepare yourself! Oh, oh, oh! Töte den Unhold! Und die anderen in Muster! Welchen Unhold? Diese Muskeln, die Venen, das Fett, die Kräfte nicht. Ja! Da läuft wieder zwei Mund zusammen. Okay. Warte, wo ist denn welcher Unhold? Muster-Vibe? Feiertrunk, ne? Wo ist denn hier ein Unhold? Der hat die kleinen Lecken. Öh! Aber wir müssen ja eh irgendwie hier alle töten. Aber irgendwie kommt die Stimme von da, ne? Mh! Diese Muskeln, die Sehnen, das Fett, köstlich. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ja, cool. Kann ich hier grad mal reingehen? Nö. Also ich glaube, ich muss das mal alle hier platt machen. Nein, ich hab einfach nur... Kein Kopfhörer gehabt. Das ist kein Angst über Ries. Höh! Ach, wobei, so schaut die Mutter doch jetzt aus. So ein bisschen, ne? Wie so ein Wasserweib. Und da ist alles so ein bisschen Frauen zu sein. Wo ist die eigentlich jetzt hin? Wo ist die jetzt tot? Hä? Ja, guck mal, der Forge müsste ein bisschen an. Oh ja. Uncut. Ach, da mein Unhold. Ach so. Ey. Ey! Oh, der macht gar nicht mal schlecht Schaden, ne? Burn it down! Ich kann gar nicht mal so viel Schaden, ne? Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ah ja. Aber sollte man, glaube ich, hoffentlich trotzdem hinbekommen. Ach, da ist die Mutter noch. Ja. Da ist er noch im Hocken gewesen. Oh, hier. Burn a little. Aber sind die anderen hier irgendwie am Pennen? Scheint so, ne? Warte mal, ich mach hier mit nochmal... ...dass du in den Platz. Du stinkst nach Angst. Das verdirbt der Geschmack. So, könnt jetzt mal... Der heilt sich auch noch. Aber was war nicht ganz so stark wie der andere vorhin. Also wie der Werwolf vorhin. So, ihr dürft gerne jederzeit mit draufkloppen. Ja, ist alles kein Thema. Ich glaube, ich höre die... Ich glaube, das sind die Mumen, die wir hören. Was ist das denn? Holy shit! Das war eine Menge Schaden. Ich muss kurz mal ein bisschen ausweichen. Okay. Das war ja mal absolut gar nicht getroffen. Nice. Oh, ist die Sicht gerade so doof. Ey, dürft echt jederzeit gerne. Dürft auch ein bisschen Schaden machen, ja? Das ist alles kein Thema. Der macht halt echt nicht schlecht Schaden. Deswegen muss ich echt ein bisschen aufpassen. Ja, einfach nur die ganze Zeit wild draufkloppen. Dürfte echt doof kommen. Aber ich bin ja schon froh, dass die A nicht sterben können. Das wäre... Oh shit. Wie schmeckt dir das Silber? Ja, von allen Seiten. Bild, bilden im Mobbingkreis. Auf geht's. Diese Muskeln, die Sehnen, das Fett. Aber ich muss... Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Muss ich mal ganz ehrlich sein. Ja, so wie die gerade über meine Muskeln reden. Ja, das ist schon... Das macht die schon gut. Das macht die schon echt nicht schlecht. Da! Und weg damit. Bei einem Biest. Habt ihr ja nicht einen Tee vergessen? Was war das? Es sah wie ein Biest aus. Die Moomen wissen, dass wir hier sind. Sie haben das Monster auf Anna angesetzt. Diese verdammten Hexen. Wann hört das auf? Seht, was sie ihr angetan haben. Sind sie nie zufrieden? Ähm. Seht sie doch an. Da drüben ist einer umgefallen. Hexer, du musst dich doch mit sowas ausholen. Interessiert scheinbar keinen. Was ist los mit ihr? Es erscheint noch Leute zu sterben. Ganz ruhig. Es bringt nichts rumzuschreien. Beruhige dich. Lass erstmal reden. Ja, die Leute sind jetzt hier gerade sterben. Das ist egal. Das ist meine Mutter. Verstehst du nicht? Er ist auf unserer Seite. Lass ihn nachdenken. Hexer. Weißt du, was mit der Frau los ist? Hört sie das? Können wir uns mal ein bisschen zurücklehnen, ja? Wir müssen erstmal überlegen, was wir jetzt... Was wir jetzt an Bord. Denn in der Zwischenzeit hier überall scheinbar Leute... ...abgeschlachtet werden. Ich werde die Abschuldung nicht zu kümmern, ne? Sie hat sich völlig verändert. Die Mumen müssen sie verflucht haben. Kannst du diesen Fluch brechen? Dazu muss ich wissen, welcher es ist. Sie kann hier nicht allein gelebt haben. Vielleicht ist noch jemand hier, der etwas gesehen hat. Vielleicht ist er noch ein paar. 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 Ja. Wer? Äh, ein Junge. Ein Einsiedler. Er lebt im Sumpf. Kam hier von Zeit zu Zeit vorbei. Vielleicht hat er was gesehen. Nein, wir müssen ihn finden. Er mag keine Fremden. Wartet hier. Ich gehe besser allein. So, irgendwo ist er hier bestimmt noch ein Monster unterwegs. Hexer. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht kannst du mich auch mal. Ja, nein, lieber nicht. Oh, nochmal ein Schwert. Mal gucken, ob das vielleicht besser ist jetzt mal. Nochmal ein Schwert. Ein Monsterohr. Auch immer gut. Wo ist denn das große Viech eigentlich? Ich glaube, es wird auch nochmal krasse Sachen gekloppt haben, oder nicht? Hä? Das große Viech scheint einfach nicht mehr da zu sein. Hat sich selbst in Luft aufgelöst. Something like that. Aber wir können kurz mal schauen, ob die Sachen schon besser sind. Nein, und... Oh, warte mal. Freiwaffe. Das ist sogar besser. Oder? Nee, Schaden ist weniger. Nee. Hä? Ist das mehr oder weniger? Mehr. Mehr. Ja, dann haben wir jetzt wieder ein Schwert. Ist doch auch cool. Und sogar noch ein Slot da drauf. Ich weiß nicht, was packen wir da rein. Ein bisschen mehr Angriffskraft. Zeichensintenzität. Hm. Ich glaube, wir haben einfach ein bisschen mehr Angriffskraft drauf, ne? Warum auch nicht? Warum auch nicht? Warte mal, wir hätten, glaube ich, noch Punkte frei, ne? Einen. Einen Punkt hatten wir noch frei. Wirkt 20% mehr Schaden. Das hier, Marionette. Ich glaube, das war so ein bisschen verbuggt, habe ich das Gefühl. Ich glaube, dann nehme ich lieber das hier. Feuerstrom. Ich glaube, ich nehme lieber das hier. So. Dann können wir... Äh, nee, Gourmet lasse ich definitiv... Ich glaube, das lasse ich noch mal kurz einmal draußen. Weil ganz so viel müssen wir ja gerade nicht tragen. Ja, können wir ja wieder reinnehmen, falls wir mal ein bisschen mehr tragen müssen. Nehmen wir uns erst das mal mit rein. So. Wo ist denn Hansi? Wo muss ich überhaupt hin? Wo ist Hansi? Okay, da vorne. Ich glaube, das können wir auch kurz nochmal zu Fuß bewältigen. Sollte ja kein Thema darstellen. Ich wollte ja noch kurz... Warte mal. Warte, warte. Ich will kurz meinen Irgendein-Otto-Gimbo an euch. Warte. Aha. Verdammt. Aber was hat es jetzt mehr gemacht? Das soll auch mit so einem Feuersprung sein. Was auch immer. Hier. Brennt. Ey, kommt noch mehr. Ach, come on, Freunde. Was ist denn los? So ein faires One-on-One kennt ihr nicht, wa? Oder meinen die das mit dem Abfackeln? Das war ja vorher auch schon. Das war doch vorher auch schon. Hier, brenn. Brenn. Naja, zumindest ein bisschen XP kriegen wir ja durch. Und Loot. Und Loot. Loot tut mir gut. Und vertreibt jegliche Wut. Haben wir noch mehr? Ich glaube, ich muss sie noch platt machen, weil es kommt wahrscheinlich an denen raus aus seinem Verständnis. Brenn. Aber wenn die irgendwie stärker, je höher ich level, desto mehr haben die auch an leveln oder sowas. Kann es wirklich sein? Alter, hör doch mal. Uff da. Was ist denn los? Boah, Alter. Das Wasserweib scheint mich die ganze Zeit irgendwie abzuschießen. Na komm, stirb. Kann auch vor allem nichts wirken, wenn ich so voll geschlabbert bin. Nicht so geil. Ausweichen. Aha. Na, brennst du schön? Kokelst du? Riecht nach Barbecue. Riecht nach Barbecue. So, Hansi. Hansi. Gibt es da raus? Hansi. Er ist nicht hier. Das stimmt was nicht. Ich muss mich umsehen. Vielleicht versteckt er sich. Ja gut. Guck mal, zum Beispiel. Frische Fußspuren. Hansi ist hier entlang gelaufen. Ist er vor etwas geflohen? Weiß man nicht. So. Ich will wieder den Fuß abdrücken hinterher. Was lautes gehört? Hört. Hört nach einem Bären an, oder? Ah. Hört sich nach einem Bären an. Und ich muss nur keinen Bären aufbinden lassen. Ist das ein Bär? Hört sich nach einem Bären an. Äh. Ne. Der ist Fragezeichen, Fragezeichen. What? Ne, 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 ne. Fragezeichen, Fragezeichen. Als Level ist meistens echt keine gute Voraussetzung, Freunde. I tell you, I tell you. Alter Schwede. Ne, ne. Wo ist ich den Fuß abdrücke? Ich will ja weg. Fragezeichen, Fragezeichen. Ne, ne. Was? Hä? Ja. Oh Gott. Wie, der läuft jetzt darauf zu, ja. Ich kann noch nicht looten. Loot. Hansi, wach auf. Was? Wer? Oh, Hexer. Hast du mich erschreckt? Dachte schon, es wären diese abscheulichen Hexen. Hab welche bei deinem Unterschlupf getötet? Die Mumen haben sie geschickt, um mich zu bestrafen. Hm. Du hast die Mumen gegen dich aufgebracht? Wie das? Ich hab ihnen gesagt, sie sollen verschwinden, aber das mögen sie nicht. Warum hast du das gemacht? Ich wollte Oma helfen. Sie war so gut zu den Kindern. Ohne die Kleinen wär's hier draußen so fad, sie wär vor Langeweile gestorben. Ich hab die Mumen angefleht, ihr nichts zu tun. Aber sie waren wütend, denn Oma hat die Kinder entkommen lassen. Ja, das ist natürlich doof. Hast du eine Ahnung, was mit Anna geschehen ist? Dann hast du gesehen, was mit Oma geschehen ist? Oma hatte aus Versehen etwas Mohn und Asche vermischt. Ich half ihr beim Aussortieren. Hab von Natur aus kleine Hände, siehst du? So was ist ein Klacks für mich. Waren gerade dabei, die Samen aus der Asche zu holen. Da schrie Oma auf einmal auf. Das Zeichen auf ihrer Hand fing an zu leuchten. Sie rief, ich solle mich verstecken. Bin in eine Truhe gekrabbelt. Hatte kaum Zeit, bevor die Mumen reingewackelt kamen. Die Weberin schnitt Oma eine Locke ab. Zur Strafe, dass sie die Kinder entkommen ließ. Dann öffneten sie die Luke im Boden. Stiegen runter, weit runter. Leider nicht bis in die Hölle. Hm. Was ist unter der Luke? Das war wahrscheinlich das unter diesem Haus. Also so. Dem Keller. Von dem Haus, wo der Wandteppich hing. Ja, wo die Mumen drauf zu sehen waren. Ich glaube den Keller meint die. Äh, meint Hansi. Hast du einen Blick durch die Luke geworfen? Tja, sehe ich etwas so dumm aus? Nein, aber neugierig schon. Meine Neugier hört dort auf, wo Dummheit anfängt. Clever gesagt. Wozu brauchte die Weberin Omas Haare? Irgendeine Idee? Die Mumen hören mit den Ohren anderer. Das Haar gibt ihnen Macht über deren Leben. Manchmal weben sie aus dem Haar seltsame Schnüre. Und manchmal nehmen sie es mit nach unten. Hm. Bist du in der Truhe geblieben, bis die Mumen fort waren? Ich hatte es vor. Sei still und rühr dich nicht, habe ich mir gesagt. Keinen Mucks, bis sie gehen. Aber dann fiel Oma zu Boden, fing an zu schreien und sich die Haare auszureißen. Ich wusste weder ein noch aus. Da bin ich rausgekommen. Wollte ihr die Kräuter geben, die sie immer den Kindern gegeben hatte. Aber sie war nicht mehr sie selbst. Sie war ein Monster. Und? Hast du ihr die Kräuter gegeben? Ich hab's nicht geschafft. Die Mumen kamen zurück. Ich bin auf die Knie gefallen und hab sie angefleht, Oma zu verschonen. Da fing die Brauerin an. Böser Junge. Oh, du Böser. Darfst nicht Nein sagen, wenn die Schwestern ein Ja hören wollen. Dann sagte die Flüsterin. Lauf, Junge, lauf, bevor deine Beine verfaulen. Sie lachten und ich rannte davon. Du solltest dich glücklich schätzen, dass du fliehen konntest. Mach ich ja. Aber ich bin die Herrinnen nicht lange los. Wenn mir mein Leben lieb ist, muss ich mich verstecken. Dann kann ich meine gemütliche Hülle vergessen. Da gucken sie zuerst nach mir. Geh am besten tiefer in den Sumpf, oder? Oh, das werd ich wohl müssen. Und was machst du? Ja, ich geh zurück und suche nach Oma. Da ist etwas in diesem Keller. Der Schlüssel zu Omas Schicksal. Da bin ich sicher. Wirst du ihr helfen? Wenn es noch nicht zu spät ist, danke Hansi. Und viel Glück. Gleichfalls. Und sollten dir irgendwelche Wasserhexen über den Weg laufen, versohl ihnen kräftig den Hintern. In meinem Namen. Leb wohl, Hexer. Warum auch nicht?